Wenn du auch niemals genauso schnell laufen kannst wie dieser Gepard hier, so kannst du doch etwas für deine Rückenmuskulatur tun, dass du eventuell genauso gelenkig bleibst oder wieder wirst wie er. Denn in der Martini Straße Nr. 14, im Herzen von Greven, findest du die Naturheilpraxis von Karin Berger, vielleicht kann sie auch dir wieder zu einem Leben ohne Rückenschmerzen verhelfen mit diesem origine Rückentherapiegerät. Nach einer eingehenden Anamnese wird die Wirbelsäule mit der OptiMaus in verschiedenen Haltungen schmerzfrei gescannt. Die Daten werden dann am Computer ausgewertet und ergeben ein komplettes Bild über Fehlstellungen einzelner Wirbel. Auf diesen Auswertungen basiert das Trainingsprogramm. Das origine Trainingsgerät wird individuell eingestellt und die Übungen werden durch Frau Berger begleitet. Die Übungen bewirken eine Streckung der Wirbel mit dem möglichen Erfolg einer Bewegungs- bzw. Karin Berger begleitet. Kraftverbesserung und einer Schmerzlinderung. Über die sogenannten Triggerpunkte werden verhärtete Muskelstellen ertastet und wieder gelöst. Das Kinesiotapen übt Heilreize über die Haut für ca. 4-6 Tage aus, welche die Therapie positiv ergänzen. Mein Name ist Josef Redas. Ich habe zwei Bandscheibenvorfälle erleiden müssen und habe von netten Bekannten einen Hinweis bekommen, mich einmal zur Praxis von Frau Berger zu begeben. Dort bin ich gewesen, bin sehr ausführlich untersucht und beraten worden und habe inzwischen acht Sitzungen mit Origine kennengelernt und aufgeführt und kann sagen, dass ich bereits nach dem fünften Durchgang absolut schmerzfrei bin, was zuvor wochenlang nicht der Fall war und insofern es mir wieder richtig gut geht und den bereits geplanten OP-Termin abgesagt habe. Wenn jetzt auch deine Bewegungsfreiheit nicht weiter eingeschränkt bleiben soll, dann ruf gerne bei Frau Berger an und vereinbare einen Termin 025 71 99 29 362 025 allm-Termin 062 96 025 025 Vielen Dank.